guten tag guten tag einfach meine tochter kommt ja ich wollte eigentlich sachen machen aber bis technik und so ist immer kompliziert ich wollte weil björn hat mir ja echt die account daten aber björn hat mir echt die football bromance daten gegeben und ich wollte eigentlich noch vollmaschine tv irgendwo rein klatschen aber alles gut ich freue mich riesig was nervt das mit meinem screen ist das so besser ich freue mich riesig dass ihr alle am start seid war der märchenstunde das ist die beste show weil keine planung nichts geübt keine vorbereitung sondern wir sind hier einfach haben spaß labern fragt mich alle fragen gleich ich habe stories ich mache heute wie gerald kennt ihr noch gerald von arnold der immer die stories erzählt das heißt gleich kommen alle stories ich dachte ich fokussiere mich auf die letzten sechs monate mit der elf und deutschland aber wenn ihr noch andere fragen habt schießt los ich bin heute für euch da es geht nicht um mich es geht um die zuschauer über 700 zuschauer schon auf jeden fall dieses format versuchen danach noch ein bisschen besser zu machen vielleicht komme ich bin ich irgendwann vor einem richtigen kamin und nicht einfach mein fernseher einfach komplett hinter mir rangeklatscht ist greenscreen ist noch bei schwiegerpapa ich eigentlich auch den greenscreen benutzen können aber egal wie geht es euch über 1000 zuschauer wie geht es euch erzählt mir es ist dienstag ich freue mich morgen late night football ich hoffe ihr habt einen guten start in die woche gehabt aber ja ich freue mich riesig ich bin immer voll aufgeregt hat late night football primetime ist immer easy aber wenn ich mit nur die zuschauer bin und ich machen kann was ich will aber nicht immer ein bisschen aufgeregt also ich freue mich jetzt richtig man 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 also heute natürlich kann ich mir schon mal gleich mit einem kleinen märchen anfangen heute morgen halb sechs aufgestanden lecker frühstück gemacht und habe ich schön wie heißt das grießbrei aber so low high carb low fat grießbrei gemacht tochter sieben uhr direkt zur schule gefahren und dann direkt ins gym marken solcher ruft mich jetzt jeden morgen immer an wir sind echt die bromance ist tight zwischen uns und er meinte gleich kassi warte kann ich euch die sms zeigen kann man das sehen muss ich mal gucken wo ist ja marken solcher kann man kann man das sehen hatte also es ist ein trapper hat er seine trapper geschickt und dann hat er einfach ein gift geschickt wie er sich rasiert also hat heute beine richtig rasiert es gibt so viel zu erzählen oder oder danke die mods helfen mir hier aus ja macht ruhig weiter so schickt die fragen rein weil er ich bin immer überfordert ihr wisst bescheid warte sami hat mir auch gerade noch was geschrieben etwas wichtiges hatte gucke ich noch mal an wichtig okay sami schreibt mir jetzt gerade aber jedes ich würde mir glaube ich arizona ich würde mich echt freuen in arizona zu spielen weil es hier einfach top ist zehn minuten von mir entfernt und der defensive coordinator war auch mein head coach bei den broncos das ist der ehrenmann okay sami mache ich das noch mit dem märchen anfangen lassen mit dem märchen gleich anfangen björn ist björn ist in den top zehn hundert prozent hundert prozent neun zehn also ein bisschen ein bisschen hat er noch zu machen aber ich hoffe nächstes jahr ich hoffe dass ich wieder nach deutschland kommen kann und dann noch mal wieder alles größer machen vielleicht ein paar coole sachen mit björn aber hier ist mal kurz meine frage an euch jetzt wollt ihr mehr nfl reden oder wollt ihr mehr eine elf und deutschland reden weil ich habe ein paar stories für euch richtig coole märchen aus deutschland da müsst ihr mir erzählen was ihr lieber haben wollt weil ich kann ich kann stundenlang erzählen nfl nfl both okay okay gut nfl also nfl stories habe ich schon ich habe auch schon richtig viele nfl jungs angeschrieben und habe den jungs auch schon vor ey hast du eventuell lust mal vorbeizukommen ein paar richtig gute männer super bowl champions teammates von mir also in den nächsten wochen kommen auf jeden fall ein paar nfl jungs dabei und erzählen euch auch ein paar stories aus dem locker room deren nfl experience und ich glaube es ist immer cool von von allen diesen jungs was über die nfl was auch immer zu hören also richtig richtig top jungs mal gucken ob ich luke keekly irgendwann mal an start bekommen und wenn ich das nächste mal in new orleans bin so oder so wenn sean payton nichts mit mir macht werde ich richtig traurig sein also ich werde sagen ey coach du musst mit mir was machen weil du bist mein coach sean payton ja man aber oh was habe ich gemacht aber das kann ich sogar drücken kann ich das wegdrücken ich weiß gar nicht wie okay sehr schön na aber ich mache einfach ich mache alles ich gehe mal durch die fragen und dann gehe ich einfach los aber ich fange einfach mal mit der ersten story an ähm und das will ich euch auch verdanken das habe ich euch zu verdanken und zwar einfach wie ich nach deutschland wie alles angefangen hat und nach der story machen wir free for all aber vor langer langer zeit ungefähr acht monate äh war ein kleiner hübscher man nein aber ich weiß noch letztes jahr ich zoome immer nach late night football zu sagen ey kassi machst du bock in deutschland zu spielen ich so ah ich weiß nicht ich habe hier alles aufgebaut meine familie alles alles läuft hier jubdi und so und dann meinte patrick ja warte lass mal konferenz call mit mit jaco machen und dann dann haben wir konferenz call gemacht und jaco hat so seine vision mit der elf erklärt und ich dachte das hört sich echt nice an aber meine familie also familie muss man immer aufpassen aber da haben wir so über ein paar sachen geredet und ich weiß noch als als jaco meinte ey kassi ich habe deine intros gesehen okay bei instagram die sind ganz lustig hättest du nicht lust auch eine kleine comedy show zu drehen ich so comedy show normal ähm und dann und dann habe ich steffi erzählt ey steffi hast du lust mit nach deutschland zu kommen äh ich lese die ich lese die kommentare keine sorge ich lese weiter kommentare und steffi meint so nach deutschland uff ich so komm lass mal schön ein bisschen deutschland urlaub machen ein bisschen bisschen spaß haben oh sami hat gesagt ähm wenn ihr abonniert gibt es keine werbung glaube ich heißt das heißt so oh warte hier warte ich lese vor wenn ihr uns abonniert keine werbung im stream also ich hoffe ihr habt irgendwie eure free abo ich will jetzt nicht ähm werbung machen aber ich glaube das ist angenehmer wenn gibt ein abo keine werbung und dann ist alles cool ich glaube auch äh bei bei pyjama party ist das auch immer ganz oft also wisst ihr bescheid äh kannst du mir was erzählst du von Geld nein auf jeden Fall zurück zu der zum Märchen ähm jaco äh jaco natürlich dann hey ich kann da was cooles machen so eine kleine kleine webshow produzieren ich so okay weißt du was bin ich am start und ihr müsst euch vorstellen ich habe college hier gespielt ich high school nfl so ich hatte auch also ich nicht angst aber natürlich man ist schon nervös du gehst wieder zurück du weißt nicht was dich erwartet aber das krasseste was echt natürlich passiert ist letztes jahr war einfach die die community die bromance community ähm und immer ein intro nach dem anderen ihr habt ihr gesehen wie wie sehr mir das spaß macht die die intros zu machen und jede woche ich habe immer alles abgefeiert ich habe gesagt ganz ehrlich ich glaube in deutschland wird alles viel viel mehr spaß machen einfach weil wir machen alles zusammen ob social media takeover und ich kann mir vorstellen morgen haben wir auch wieder einen richtig coolen social media takeover intros zusammen einfach ablachen einfach mit den jungs die bromance family äh wird größer und dann äh ja man dann ab in den flieger family gesagt komm lass mal spaß haben und dann äh war sechs monate einfach nur spaß aber viel arbeit auch ich als als ich footballs gedreht habe das war voll das war voll professionell ich dachte ich komme einfach um freestyler aber die haben mir so ein dickes drehbuch gegeben aber na gut das war mein erstes kleines märchen ähm so ich brauche ja ich weiß ich brauche noch so einen dicken ledersessel man dann dann kann ich richtig dann ist offiziell guck mal ich bin hier in meinem kleinen gaming chair aber ich mache mir nochmal einen richtigen sessel klar ähm wann und warum oh gute frage oder social media takeover schauen den machen wir noch der kommt superbowl weil äh superbowl versuche ich natürlich in los angeles auch zu sein und ich werde schauen schon finden ähm aber da war gerade eine gute frage die habe ich gerade wo ist die aber ja eine folge okay das ist eine coole frage ähm eine folge ihr müsst euch das so vorstellen ich dachte ja echt ich komme nur ins set ich meine die folgen für die die es gesehen haben die waren sechs bis neun minuten lang aber eine folge hat ein tag gedauert zu drehen und da bin ich ich weiß noch ich bin um halb fünf aufgestanden fünf ins gym bis sieben dann um sieben am set und dann bis 18 uhr gedreht und dann zum training um 19 uhr und dann bis 21 uhr football ihr könnt euch vorstellen stefanie stefanie so ähm naja aber war top 20 drehtage und komplett zerstörung und krone ich sehe dich ich habe schon mit broman geredet wir haben ein paar coole pläne für den discord weil der wird auch bald ein jahr alt also keine sorge mehr ähm das ist das ist so krass und ich mit mark rede ich ja auch jeden tag ähm über über die situation in der nfl wie schnell das das geht ich weiß war björn ja auch so björn first rounder starter hat abgeliefert knie kaputt und auf einmal bist du schon wieder raus so bei mir ich hatte das glück ich war sieben jahre war ich da aber wenn die wenn die anrufe auf einmal aufhören dann ist es echt schwer ein workout zu bekommen und marken solcher ist jetzt in der gleichen situation wirklich wie ich zwar vor zwei jahren so du willst einfach immer ready sein ähm ich weiß noch damals ich war im einkaufszentrum meiner familie um um 19 uhr und ich kriege einen anruf hey kasim this is the oakland raiders ich so oh oakland raiders what's up man und die sagen so can you be at the airport in an hour weißt du ich so oh was und original ganz sofort alles abgebrochen nach hause koffer war schon immer gepackt die ganze saison und dann einfach direkt zum flughafen in flieger und dann im nächsten tag hatte ich training mit den mit den oakland raiders so schnell geht das halt und du weißt halt nie wann der anruf kommt aber wenn der anruf kommt musst du ready sein also es ist schon krass aber könnt ihr euch eigentlich vorstellen ich versuche den marken ein bisschen nach deutschland abzuwerben weißt du er muss mal wenn wenn nichts mehr kommt nfm mäßig wäre schon cool ihn in deutschland spielen zu sehen also ich würde mich richtig freuen kannst du deine brille gerade machen meine mann ist die nicht ganz derbe alt sorry oder soll ich die einfach abnehmen oh warte hallo mein name ist kasim gute frage bleibst du in den usa warte ich mach mal so bam jetzt erst mal für sechs monate ja weil wegen meiner green card muss ich hier bleiben für sechs monate aber eigentlich danach ich möchte wieder nach deutschland kommen weil das macht einfach so viel spaß die elf wächst football deutschland wächst einfach einfach sachen drüben machen und ich habe auch gemerkt in den letzten sechs monaten also natürlich es ist einfach mich immer als zentralpunkt zu packen so hey kasimite bali vollmaschine bla 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 aber für mich das coolste ist echt allen zu helfen so ob es meine teammates sind einfach irgendjemand den ich sehe und deren freund auf einmal ist weißt du wir sind jetzt freunde aber halt leuten weiter zu helfen das hat am meisten spaß gemacht boom okay warte ey ihr liefert ab mit den fragen ob ich Kontakt zu David Bader habe natürlich ich wollte ihn eigentlich mal fragen ob er Lust hat in den nächsten Wochen mal vorbeizuschauen und dann können wir auch ein bisschen ein paar Fragen mit David machen und so ich habe noch nichts ich habe noch nichts keine Infos zu Ruggs gehört ein paar Leute fragen gerade über Ruggs aber kurz ich kann mal was zu Von Miller auf jeden Fall sagen der Trade ist das ist schon ein krasser Trade so weil ich habe auch schon gestern Abend mit Cam Jordan geredet und es gibt halt so Spieler die bleiben einfach ihr Leben lang bei ihrem Team egal was und ich glaube jetzt in den letzten Jahren oder natürlich immer kann man getradet werden aber so jemand wie Von Miller der halt du denkst du hörst Denver Broncos und du denkst Von Miller so ich könnte mir auch kein kein Ray Lewis bei den Seattle Seahawks vorstellen und deswegen es ist schon krass zu sehen aber ich freue mich für Von weil ich glaube bei den Rams kann er nochmal richtig wieder loslegen weil ich habe noch nie einen Menschen ich habe noch nie einen Menschen gesehen der so viel Talent Intelligenz und Herz hat so das erste Mal als ich Von getroffen habe ich dachte oh er ist bestimmt einfach nur ein Superstar aber ich er hilft jedem den er kann er coacht jeden den er kann er ist halt ein richtig guter Mensch und deswegen ja man ich hoffe wir sind gleich alt er ist 89er Jahrgang und er ist auch jetzt schon 32 man wird auch nicht jünger aber ich hoffe er kann man mal ein paar richtig gute Jahre dann zurücklegen mit Titans ohne Henry ein Freund das ist auch eine richtig gute Frage ja man aber die Titans ohne Henry das wird hart einer meiner guten Freunde ist der 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 Strength Coach der Tennessee Titans wie heißt das der Trainer nicht der Trainer äh Kraft Trainer mit dem rede ich auch ab und zu und er erzählt mir auch immer so ein bisschen die Stimmung da aber das ist natürlich schwer wenn du halt so einen wichtigen Spieler der wirft Touchdowns der läuft Touchdowns das wird mal gucken ähm wie die nächsten Wochen für die Titans aussehen also es wird es wird nicht einfach man ähm ich muss ja ey die Frage ich danke für die ganzen Fragen ich versuche hier durchzukommen ähm na mal auf jeden Fall Steffi ist Ehrenfrau in ganz die ganzen Deutschland weil ein paar ein paar Wochen war nicht einfach aber ganz ehrlich sie sagt immer so viele Romantiker sind immer in ihren DMs äh nicht auf Undercover so ey was geht Steffi sondern einfach auf Liebe ähm und helfen immer so Steffi hat eine Frage sie schreibt irgendwas so viele Romantiker helfen ihr aus äh erzählen was über Deutschland und das hat ihr glaube ich auch echt oft geholfen wenn ich nicht da war und sie Hilfe brauchte weißt du wir sind halt Big Family es ist richtig cool zu sehen so uuuh gut das ist das ist eine richtig gute Frage was ist mein Lieblingsstadion in dem ich jemals gespielt habe also ich glaube ich habe schon ich glaube über 20 Stadien auf jeden Fall gespielt ähm ähm allein Emoji und Kassi nur mit Schnubbern zu sehen sagt Bescheid ich rasiere mache nur Schnubbern ähm nein aber ich glaube Dallas Cowboys war auf jeden Fall so vom von der Größe so diese Leinwand die ist so groß wie Björns Fernsehen zu Hause so die ist einfach riesig und ich weiß noch ich habe Tony Romo hat gefummelt ich mache einfach Bellyflop auf ihn und dann sehe ich das Replay in tausendmal Größe das war schon ein richtig krasses Ereignis ähm dann auch Superdome ich glaube jeder der jeder der mal in New Orleans war oder mal richtig Atmosphäre in New Orleans wenn es abgeht das ist halt es gibt nichts in New Orleans das Stadion ist in der Mitte mitten in der Stadt so einfach boom fettes Stadion in der Mitte in der City und alle gehen halt hin und wenn die nicht zum Spiel gehen gehen alle drum rum und da ist die Stimmung echt nice und ich würde sagen als wir die Minnesota Vikings äh gespielt haben beim Minnesota Miracle so heißt das ne das war glaube ich einer der lautesten Stadien die ich erlebt habe alle score score wo da wo ähm dieser Hail Mary war und dann Marcus Williams hat das Tackle verpasst oh das war richtig das hat nicht gebockt ähm aber das war so laut und mein Coach Sean Payton weißt du halt wir haben dann halt mit drei Punkten oder so geführt er zeigt zu jedem an der Sideline er meint er macht score er labert richtig und dann haben die Touching gemacht und wir haben verloren das hat weh getan ähm boom ich lese hier mal die Fragen boom die Giants die Giants sahen ganz knusprig gestern aus aber die Giants sind Giants uh einer fragt Gillette Stadium Gillette Stadium ist nice aber ich würde sagen 2k 2k Zuschauer nein aber aber Patriots Fans sind nicht die sind gut die labern alle richtig viel Trash Talk aber die sind nicht so wie 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 Saints Fans oder wie Seattle Fans die sind die sind da am Bier gucken das Spiel an und haben Spaß aber es gibt andere Fangemeinschaften die drehen richtig durch ähm Steelers Pittsburgh war auch sehr cool ich weiß noch das alte das alte Stadion wo die Chargers gespielt haben Buffalo ist klein Lions ist auch klein Hornsfield ähm ja was halt was noch 49ers ist cool aber 49ers das neue 49ers Stadion ist es wirkt nicht so groß weißt du weil was nämlich passiert ihr kennt das bestimmt auch vom Fußball so halt je mehr Leute natürlich da sitzen desto cooler sieht es aus und mehr Energie spürt man auch aber im 49ers Stadion ist die ist ein Viertel des Stadions nur so Luxus Luxusräume wie heißt das hab ich vergessen aber halt du siehst halt nur ein Viertel ist halt alles nur eine Glaswand und dann sind dann die ganzen Reichen die das Spiel angucken ähm und das nimmt so ein bisschen was von der Energie raus also das merkt man auch VIP ja man die VIP Lounge stell dir mal vor echt ein Viertel von dem Stadion ist nur VIP Lounge ich will lieber dass alle einfach da sind let's go erzähl mal von deinem Game als ich Aaron Rodgers gesackt hab okay das ist gut das ist gut also das war mein Rookie Jahr ähm und ganz ehrlich ich war echt verplant in meinem Rookie Jahr so wenn ich jetzt zurückdenke da ist so viel was ich noch nicht wusste ich wünschte ich könnte dir den Clip zeigen ähm aber Junior Galette war der Starter Cam Jordan war auf der anderen Seite und dann war das ein Thursday Night Football Game glaube ich und wir waren wir waren hart in der Rotation und dann war da ein Spielzug also Kassim geh rauf ich so was ich jetzt und ich war eigentlich hier immer natürlich ein Special Teams Spieler und dann kriege ich ungefähr so 10 12 Spielzüge auf Defense um den Starter immer so ein bisschen Breath zu geben dass er sich ausruhen kann und dann war ich halt drin und ich hab natürlich alles von Junior Galette eigentlich gelernt so mein Stance mein Get-Off ähm und dann ich seh nur Aaron Rodgers ist da ready set hit ich mach einfach so schnell wie möglich Get-Off bam ich versuch immer den Ball zu antizipieren ähm und wie Beth wie heißt der Left Tackle von ähm von 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 den Packers der war das immer noch natürlich einer der besten Left Tackles das war glaube ich auch sein Rookie ja wir waren beide Rookies äh Eddie Lacey kam für den Chip hat mich schön gechippt aber ich war einfach drinne einfach drinne weitergegangen weitergegangen und dann ist er eigentlich aus der Pocket rausgegangen aber ich hab nur sein Jersey von hinten bekommen hier so und Aaron Rodgers läuft weg und ich bin auf dem Boden und versuch ich einfach mit zu mir runter zu ziehen dann hat er sich einfach hinfallen lassen ey und dann hatte ich noch ein Sack danach ich hatte zwei Sacks in einem Spiel und ich glaub für vier Wochen hat Mark Ingram alle haben mich Two-Piece genannt weil ich zwei Sacks hatte und das war so der Moment ich glaub das war Woche 6 wo ich dann den Respekt wirklich von meinen Mitspielern bekommen hat und das ist dann auch nochmal im professionellen Football ich mein es ist cool wenn jemand da ist aber jeder braucht diesen Moment wo sie denken okay du hast jetzt meinen Respekt besonders wenn du als Free Agent reinkommst ich weiß noch Cam Jordan hat zu mir früher mal gesagt er guckt Free Agents gar nicht an so Leute die nicht gedraftet wurden und ins Team kommen weil das sind immer die Ersten die wieder gefeuert werden also du willst gar nicht emotional mit denen zu nah rankommen deswegen bevor ich das Team gemacht hatte hat er kaum mit mir geredet aber das war so der Moment wo ich echt gemerkt hab alle meine Teammates so ey Adabali I like you das war das war echt das war das war special special ähm sag ich und da was wollte ich ich wollte noch was sagen ich hab vergessen was ich sagen wollte ich bin so aufgeregt ähm ah danach die Story danach die mach ich ganz kurz und zwar ich erzähl die Story ein paar für die die sie noch nicht gehört haben macht euch bereit ähm ich hatte ich hab meinen Führerschein erst mit 25 gemacht also zu der Zeit hatte ich noch kein Auto kein Führerschein es war 2 Uhr nachts und ich hatte richtig Hunger hab ich auf auf Google Maps geguckt wo ich was zu essen holen kann und dann nur noch McDonalds war auf ich denk so okay alles klar dann bin ich zu Fuß 2, 3 Uhr nachts zu McDonalds gegangen äh aber war zu äh ich musste Drive-Thru machen aber ich hatte kein Auto ich wusste nicht wie ich das Essen abhole ich geh so am Schalter ich so ja ich will was zu essen bestellen alle sagen so zu mir also der Schalter sagt so nein sie müssen ein Auto haben dann bin ich zur Tankstelle nebenan gegangen ich weiß nicht was in meinem Kopf so typisch Kassim lolololololol ich geh zur Tankstelle der Tankstellenwart schick mich weg also wir haben kein Geld gehen sie weg ich so nein ich bin ein Saint-Spieler ich hab Hunger er guckt mich an du bist ein Saint-Spieler ich so ja äh glauben sie sie können mich im Auto durch ein Drive-Thru fahren und dann hat mich der Tankstellenwart durch äh zum Drive-Thru gefahren mit mir 20 Minuten im Auto gewartet ich hab mir schön McDonalds bestellt hab ich ein Autogramm gegeben und dann hat er mich nach Hause gefahren Ehrenmann aber macht sowas nicht okay das ist gefährlich aber er war Ehrenmann ich hatte Cheeseburger Traum ähm ähm nicht gefährlich mit deinem Bizeps ich hatte Waffen dabei ihr wisst ähm nein aber die NFL kann alles sein was du willst so in dem Prinzip wenn du Party machen willst kannst du Party ohne Ende machen wenn du mit tausend Frauen sein willst kannst du mit tausend Frauen sein es ist aber halt alles hat Konsequenzen und ich hab schon genügend Leute gesehen die früh in ihrer Karriere viel Party machen viel halt der Fokus geht auf Sachen so man sagt immer es ist nicht was kannst du für Football tun sondern was kann Football für dich tun und in dem Moment wo du halt andere Sachen über Football prioritisierst priorit ähm ist deine Karriere ganz schnell vorbei ich hab so viele Jungs gesehen die 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 geben 15.000, 20.000 Dollar aus an einem Wochenende so ja krieg ich nächste Woche eh wieder und das geht ganz schnell aber so dann siehst du auch natürlich die Familienväter ähm oder du brauchst echt eine eine independent starke Frau hinter dir weil es es gibt echt harte Zeiten so ich ich hatte auch ein paar Zeiten besonders wo du dann Free Agent bist wo du keine Calls mehr bekommst so ist nicht einfach also ist echt es ist es ist ein Grind ist echt ein Grind ähm wie kommt es dass so viele oh auch eine gute Frage so viele ehemalige NFL Profis finanzielle Probleme haben ähm oh warte oh ich ich lese nach noch ein paar coole coole Fragen ähm ich glaube das liegt daran weil na mir das ist das ist halt ich werde ich als Deutscher ich merke auch so ich weiß nicht ich hab mir bis zu meinem zweiten Jahr in der NFL nicht nur eine Playstation gekauft weil das war zu teuer ich so was will ich 399 Dollar für eine Playstation ausgeben weißt du alle meine Teammates so Kassim kauf dir bitte eine Playstation ich so nein ich warte ich warte bis es günstiger ist aber so halt viele Sachen braucht man halt nicht aber die machen auch jetzt einen viel besseren Job die nächste Generation auszubilden so in meiner Generation wir hatten Rookie Meetings und Financial Rookie Meetings und dann haben wir über Finanzen geredet äh man muss aufpassen du auch wenn du natürlich deiner Familie so viel Geld wie möglich geben kannst du musst aufpassen wie du deiner Familie das Geld gibst wo du es anlegst weil der erste Vertrag den ich unterschrieben hab zum Beispiel war ein Free Agent Rookie Vertrag du kommst rein und ich seh nur die Summe so 3 Jahre 1,5 Millionen das ist so das ist den Vertrag der du unterschreibst ich denk so tschu was da los dann alle meine Freunde rufen mich an ey Kassi Millionär was geht ab und und dann ähm krieg ich mein erstes Geld bezahlt und mein Sign-in-Bonus war 3.000 und ein anderer war da auch noch der sein Sign-in-Bonus war 5.000 ich denk so oh du hast 5.000 direkt bekommen aber er wurde nach drei Wochen gecuttet das heißt sein Vertrag den er unterschrieben hat war 1,5 Millionen seine Bonus 5.000 er wurde gecuttet und dann hat er auch nur mit mit Steuern kriegt er 2.500 das heißt alles was er in seinem Bank Account hatte nach in einem NFL Team zu sein im Trainingslager hat er 2.500 gehabt so und viele Leute verstehen nicht dass du wirklich grinden musst bis du deinen zweiten Vertrag bekommst und dann richtig finanziell damit umgehen kannst also es ist schon krass und viele viele sehen das nicht ähm okay sorry jetzt ich lese mal hier weiter bum 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 warte warte ich höre ganz viel Rugs 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 was ist mit Rugs passiert muss ich das kurz googeln oder was kann mir mal jemand bitte erklären was gerade passiert ist mit Rugs dass ich dazu was sagen kann ähm oh das ist aber eine coole Frage Nus warte ich guck kurz ich guck ich guck ganz kurz Unfall DUI oh nein echt Autounfall warte ich ich muss kurz ich lese das auch ganz kurz oh mein Gott das ist schrecklich das ist schrecklich man kann ich auch kann ich euch mal kurz eine Story nämlich erzählen ähm guck mal also was passiert ist dass Henry Rugs ähm hat getrunken Receiver von den Las Vegas Raiders und war in einem Autounfall und mit dem er in den Unfall gekommen ist da ist jemand leider verstorben und jedes Jahr jedes Jahr haben wir ein Meeting ähm vor vor dem Trainingslager während OTAs und es gab es gab auch einen Receiver von den von den Patriots Dante Starworth maybe ich bin mir nicht sicher aber er hatte auch einen Autounfall und er ist da ist jemand verstorben aber ich glaube er war ein bisschen im Gefängnis oder so nicht lange aber hat seine Zeit abgesessen aber das das Wichtige er versucht halt mit seiner Story der nächsten Generation und der ist in jedem Meeting also das ist das gleiche Video jedes Jahr so don't drink and drive okay ähm es lohnt sich einfach nicht und besonders die NFL gibt uns sogar 3000 Dollar Uber Geld das heißt alle NFL Spieler kriegen Promocode und dann kannst du eingeben Uber wie Taxi ähm Hauptsache dass wir nicht Auto fahren die Amis so oder so ähm es ist viel Drink and Driving so ich verstehe das gar nicht so wie ich gehe in die S-Bahn Taxi Bus was auch immer ist okay so don't drink and drive und mit dieser Konsequenz zu leben ähm und du weißt halt nie du weißt halt nie in welcher Sekunde was passiert mein 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 bester Freund ähm Max Holloway wir waren zusammen im College er war er war ein Jahr älter als ich wir haben alles zusammen gemacht ähm es ist ein kompletter Ehrenmann Defensive End er war immer besser als ich so er war immer besser als ich ich wollte immer so sein wie Max ähm er war ein Jahr vor mir ne zwei Jahre vor mir fertig mit dem College hat ein Trial bei den Raiders hat es nicht geschafft und seitdem hat er mich immer supported egal was alle meine Passage Moves habe ich von Max geklaut immer wenn er NFL-Spiel geguckt hat er hat gesagt Kassi du hast alle meine Moves einfach geklaut ähm es ist halt ich hatte noch nie einen Menschen der so der nicht Family war aber der Family war ähm und und dann er war abends feiern Auto gefahren das war 2016 war abends feiern ich weiß nicht ob er getrunken hat oder nicht aber er ist ein guter Autofahrer aber dann ist irgendwas passiert in den Ditch reingefallen Auto hat sich überschlagen und dann auf Impact ist er leider verstorben so und du weißt halt nie wann irgendwas passieren kann besonders mit Alkohol aber muss man aufpassen also das ist das ist das ist schade ähm okay ich hoffe das war genug traurige Sachen lass mal ein bisschen über happy things reden ah ja hier die Frage ähm die ich hier nochmal gemacht habe ich muss sie noch kurz lesen warte wenn du deine NFL Karriere reflektierst und nochmal an Tag 1 starten könntest was würdest du anders machen würdest du überhaupt etwas anderes machen auf jeden Fall würde ich etwas anders machen ähm und zwar die Details oder wie Mark Ingram sagt the Details so weißt du wir denken weißt du wir essen irgendwie Chicken Parmesan und so und wir denken das Protein also von Ernährung Vorbereitung halt zu verstehen wie gut man wie detailliert man sein muss so ich sehe immer Drew Brees er war immer der erste in der Facility und immer der letzte der abgehauen ist und ich meinte so das ist doch gut was macht er das aber halt seine Vorbereitung war so präzise da war nichts er hat nichts einer Chance gegeben dass das 50-50 ist sondern alles was er kontrollieren kann da hat er abgeliefert wenn es außer seiner Kontrolle war dann ist okay dann weißt du wenn sein Receiver den Ball gejobbt hat das ist nicht sein Job aber alles worüber er Kontrolle hat nimm volle Kontrolle und das ist auch so im Football und im Leben würde ich sagen er lässt sich nie eine Chance aus den Fingern gehen und ich glaube in meiner Vorbereitung hätte ich ich hätte mich besser besser vorbereiten können aber ich habe damals auch nicht verstanden wie man sich richtig vorbereitet und es ist wichtig jemand zu haben also ich hatte auch so einen großen Bruder den man einfach immer bei der Arbeit zuguckt so Benjamin Watson zum Beispiel ist ein Tidend Ehrenmann hat ein Buch geschrieben Familienvater toller Typ es ist ein Play da holt der Champ Bailey vor 100 Yards ein und tacklet ihn out of bounds und er fumbled aber halt so ein paar man braucht echt einen großen Bruder und deswegen versuche ich auch für jeden der mir in meinem Leben über den Weg kommt den ich vielleicht helfen kann 1% besser zu werden dann helfe ich auch immer liebend gern weil man weiß nie wer dieser große Bruder sein kann so okay okay weil viele gerade fragen die Story mit Steff soll ich sie mal soll ich mal fragen ob sie auch gleich kommt weil dann kann sie mal ihre Story erzählen aber meine Lage ist so pass auf 2015 glaube ich 2015 ich wollte mal woanders trainieren in meiner ersten Offseason habe ich in Miami trainiert mit Efani Moma den hole ich auch noch mal rein da muss ich ein paar Storys erzählen aber so 2015 dann zweite Saison ich frage so Cam ich so Cam du wohnst doch in Arizona er sagt so ja man kann ich mal da ich gehe mal da trainieren aber ich habe keinen Bock Hotel klar zu machen kann ich bei dir kann ich bei dir schlafen Cam sagt so ja ich habe ein paar Zimmer frei ich so cool man cool man dann auf einmal die schönste Frau der Welt ist bei ihm im Haus ich denke so wow wer ist das das ist meine Schwester ah hallo na ich bin Kasim freut mich sie ist da damals auch Freund und so ich schreibe meinem Kollegen so SMS ich so wow ich habe die schönste Frau der Welt kennengelernt aber sie ist Cam Schwester und das war es dann eigentlich das ist das erste Mal als ich Stephanie gesehen habe dann kam sie nach New Orleans hat Cam mal besucht und ich war auch bei Cam weiß ich eh wenn man bei Cam war dann sagt sie hey Kasim schön dich wieder zu sehen und ich so ja ja wie geht es dir ich so ja alles gut und dann kommt Cam ist Mama zu mir und sagt so und dann sagt Cam so also Cam ist Mama so ey Stephanie Andy du hast doch mit deinem Freund Schluss gemacht geh mal auf Date mit Kasim ich nur so hm ähm dann äh dann ich sag so ah pscht na weißt du doch nicht oh na na oh dann sagt ähm dann sagt Cam so was ich so ähm nein alles gut alles gut äh warte you can you can tell your story in a second ähm und dann dann äh hab ich so zu hab ich so hab ich so Cam mal gefragt als dann alle weg waren ich so yo Cam ähm kann ich mal auf ein Date mit deiner Schwester gehen er meinte so Digga ist das dein Ernst schon psch einfach mal auf ein Date gehen weißt du aber sie war schon wieder zurück in Arizona und dann äh hab ich komplett einfach ein Ticket gebucht nach Arizona also für 600 Euro bin ich nach Arizona nächsten Wochenende geflogen dann sind sind sie wieder auf ein Date zusammen gegangen ich hab eine SMS zu meinem besten Freund geschrieben der neueste Digga das ist die Frau die ich heiraten werde ähm dann sie kam wieder nach New Orleans und hat mich besucht und ich weiß und das war so einer das war das einzige Mal wo Cam mich komisch angeguckt hat weil sie so ja ich bin in Cam sagt so was bist du in New Orleans ja ich wollte Kassim besuchen ich würde überraschen er meinte so okay dann sind wir auf ein Date gegangen und dann kam sie nicht mehr zu Cam nach Hause sondern zu mir nach Hause und dann am nächsten Tag in der Facility ich sitze neben Cam im Meeting er sagt so Kassim ich hab heute gute Laune lass ich nach dem Training über alles reden ich so ja okay und den ganzen Tag wir sind immer so in den Hallways gucken uns komisch an den Mittag zusammen ähm und dann hab ich gesagt ja man er sagt so ey Kassim wenn du mit meiner Schwester zusammen sein willst musst du sie heiraten und ein Jahr später komplett 356 Tage haben wir geheiratet boom das ist die die Love Story ja man und seitdem ist der Zahn noch dunkler ähm aber also das das war die Story mal gucken was ey Babe Stefanie sie hört mich nicht sonst hätte ich sie auch nochmal gefragt ähm na aber Steff Ehrenfrau Vollmaschine Kinder so beautiful ihr wisst bescheid man weiß nie man weiß nie wann und ganz ehrlich so davor bevor ich Stefanie bevor ich Stefanie kennengelernt hab war ich auch so überall ich war kein großer Partymann aber halt ich war ich war viel unterwegs ähm ja man schwiegerpapa kommt auch mal bald zur Party die Story hat Hollywood ganz ehrlich ich muss mal Intro machen Kasims Stef Love Story ähm die Story wollen wir nächste Woche bei ranhören so was habt ihr noch was wollt ihr ich hab noch NFS Stories ELF Stories oh Stefanie ist kurz hier Stefanie Takeover um babe in a minute how did we meet and uh how did everything get started yeah go ahead here no you come here come to the camera sag hallo sag hallo hallo Steffi hi guys okay so well you had seen me before we even met yeah right I think Kasim's seen me at a couple games hi guys and the first time I like saw him and met him was when he was here for training and we literally parked at the same time in front of my brother's house and the only thing I said to him was is Tyler here I didn't even say hi yeah ich hab so popo and then we met in the house said hi Nikki introduced us who got who got whose number first didn't we were talking on Snapchat we were friends on Snapchat being funny and cute you know ha ha and then I or no you were trying to send me a video Kasim was trying to send me a video and he's like oh I can't send it on Snapchat I have to give me your number you didn't you didn't say it like that but basically I need your number so I can send you a video and I was like okay the rest is history sure and the rest is history yeah I wish I knew what you were saying oh Tyler interrogating you and questioning you yeah alright thanks that was great hi Stephanie tschüss tschüss ähm ja man ha Stephanie so weiter geht's hier ähm bei mir du nein aber ist echt ist echt cool und natürlich auch weißt du das halt alle sagen tschüss er macht über Snapchat ihr wisst kannst du im Regeln auf Snapchat äh nein man aber ist top und jetzt hätte ich sich niemals vorstellen können nach Deutschland zu gehen ohne äh was alles passiert ist aber ELF war dieses Jahr echt nice so Sea Devils war top das Finale war echt top und äh man 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 ich hab so viel NFS Stories noch ich weiß noch in Miami die erzähl ich euch kurz nochmal auch und zwar ich bin in Miami meiner allerersten Offseason okay ähm und Kollege von mir ich will nicht seinen Namen nennen er sagt so Kassi es ist mein Geburtstag dieses Wochenende wir haben Barbecue Party ich so okay cool Barbecue Party let's go er schickt mir die Adresse ich fahr mit meinem Leihwagen so richtig einfach so Toyota Camry fahr ich zu ihm auf einmal ich merk so er ist auf diesen kennt ihr diese diese privaten Inseln in Miami so wie bei Grand Theft Auto Vice City weißt du das in der Mitte ich fahr einfach über die Brücke ich denk so boah was das riesige Villa bestimmt 10 Millionen Villa ich sag ich klop so also klingel ich geh rein so ja ist das die die Party von meinen Kollegen die Tür geht auf Barbecue Party er hat gelogen das war da waren einfach nur ähm exotische Tänzerin und eine Pizza okay exotische Tänzerin und eine Pizza er meinte so ey Kassi was geht ab ich so ey Kollege ich dachte hier ist die Barbecue Party er meinte so das ist die Barbecue Party die NFL Jungs ich sag euch die sind verrückt so das ist nicht mein Lifestyle aber die Pizza hab ich alleine zerstört und die war richtig nice äh bum 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 oh scheiße er sagt scheiße Pizza ja man Pizza du weißt und dann sind wir danach noch direkt ähm ich mein so hab ich so ich mach Konversationen ich so ja hallo mein Name ist Kassim was macht ihr so oh ja ich wurde heute engagiert oder so unter Vertrag genommen ich so für was sie schickt zeigt mir so Video von ihr das bin ich guck mal sehr interessante Kulisse und danach sind wir in den Club gegangen und dann waren da glaube ich so sechs NFL Spieler im Club einer gibt 25.000 aus für Flaschen und ich sitze da nur ich trinke keinen Akkohol das heißt ich hab nur Ananassaft getrunken und der war aber richtig nice ähm und ein Rap hab ich mir bestellt weil da gab's eine Küche ich sitze da ähm und ich hatte damals auch eine Freundin deswegen wollte ich eh nichts Verrücktes machen ähm und dann der andere NFL Spieler gegenüber von uns ohne Shirt Bottles er sagt so ey was immer er hat ich will zwei haben und für eine Stunde lang haben sie sich einfach gebettelt wer mehr Flaschen kauft und ich sitze da mit meinem Burrito und chill mein Leben ey ich schwör ich sag's euch äh Ananassaft ähm bum 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 ich war nicht nervös bei meinem ersten ELF Spiel mein erstes NFL Spiel da war ich nervös ähm mein Herz hat gerast ich hab nicht mal wirklich viel gemacht ich hab ein Spielzug bekommen und ich das hat sich angefühlt wie 20 Spielzüge aber da hab ich auch gemerkt es ist wichtig im Football dass man seine Herzfrequenz immer so tief wie möglich hält weil du bist aufgeregt Adrenalin wenn dein Herz so schnell klopft dann dann kannst du nicht gut spielen weil dann bist du immer aus der Puste und deswegen hab ich immer meine Routine ich kann euch meine meine Pre-Game Routine vor jedem NFL Spiel jedem College Spiel äh jedem ELF Spiel ist immer das gleiche dass ich immer so gelassen wie möglich in meiner Routine bin so soll ich die Routine kurz mal sagen die geht schnell wenn ihr die hören wollt ansonsten ähm 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 ja man warte da war eine coole Frage die ich noch kurz gesehen habe das Leben in New Orleans war ganz entspannt okay aber ich sag jetzt meine Routine also boom Storytime Märchenstunde also normalerweise ich sag mal wenn unser Spiel um zwölf anfängt okay ist jetzt ein zwölf Uhr zwölf Uhr Spiel äh abends das Spiel äh das haben wir Meetings dann Coach Payton mein Coach Sean Payton redet gibt Ansprache dann einer der der Veteranenspieler gibt keine Ansprache zur Motivation ab und zu kommt auch so Reggie Bush kommt da äh und einen leckeren Keks das war für jeden Abend immer diesen Keks auf den habe ich mich die ganze Woche gefreut dann morgens ich stehe auf neun Uhr ne warte so gegen gegen acht Uhr dreißig immer ich habe immer das gleiche gegessen ist ein bisschen embarrassing aber in Amerika ich meine in Deutschland Pasta und Ketchup ist ein bisschen üblicher aber Pasta und Ketchup war das allererste was ich kochen konnte als ich alleine zu Hause war als ich was weiß ich sieben, acht oder so war ähm und das heißt für jeden NFL Spiel esse ich immer Pasta und Ketchup einfach weil es mich daran erinnert wie wo ich her wo ich herkomme dass ich nicht vergesse wo ich herkomme weißt du weil Leute haben da ihren Luxus Meal Prep vorm Spiel oder was auch immer aber bei mir kochen ihr wisst was ich meine aber halt immer immer Pasta und Ketchup weil vor allem mein Flagspielen als ich als ich zehn elf Jahre alt war das habe ich auch immer davor alleine für mich gemacht das heißt immer Pasta und Ketchup dann geht es zum Spiel Pasta und Ketchup kochen ihr wisst fünf Sterne kochen ähm dann äh mit dem Auto schön Musik Sonnenbrille zum Superdome fahren immer auf richtig Baba ähm 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 äh was für ein Keks ein ähm Raisin Raisin wie heißt das jetzt habe ich beides vergessen auf Deutsch und auf Englisch Haferflocken so Haferflocken Raisin Keks top auf jeden Fall dann komme ich zum Stadion ungefähr zwei Stunden und dreißig Minuten äh vor Kickoff komme ich zum Stadion wir müssen ja wir fahren ja immer alleine alle fahren zum Stadion ähm nach der Story erzähle ich was von der Elf Kasti muss nur für uns Bromantiker kochen ich mach naja also dann bin ich beim Stadion dann das erste was ich mache ich komme rein und eigentlich ganz viele machen immer Suit weißt du so Schlips Krawatte ihr wisst ihr seht das die sind alle richtig professionell aus ich komme jedes Mal Aldi Style mit Jogginghose und T-Shirt und Rucksack als würde ich in die Realschule gehen äh in die in die in die 10C wo habe ich in der 10C weiß ich gar nicht 10B 10A ich war eine von denen auf jeden Fall ganz entspannt ich komme rein ähm und jetzt jetzt fängt die Routine an jetzt fängt die Routine an kein Bus nein immer immer mit dem Auto alle mit dem Auto weil das würde ich mich immer so gut kleiden wenn ich ein T-Shirt tragen kann bockt viel mehr äh das Vollmaschine dann das Erste ausziehen ganz kurz abduschen und dann erstmal ins Jacuzzi gehen äh oder Hot Tub was auch immer einfach das dass ich ein bisschen schwitze und so und viele gehen einfach immer da rein ohne sich abzuduschen aber das ist widerlich und schlechte Hygiene also wenn ihr eine Chance habt in einen Hot Tub zu gehen duscht euch davor ab der danach im Hot Tub sein wird wird glücklich sein weil ganz oft gibt es immer einen Hot Tub so ein von diesen Bottichen da siehst du Fett Dreck alles drin da denkst du aber ich kann nicht reingehen ähm äh so weiter boom dann Hot Tub dann gleich zurück nochmal wieder abduschen weil so viel Klo an mir ist dann ziehe ich meine Shorts an mein T-Shirt meine Kleets dann gehe ich aufs Feld und dann habe ich ungefähr noch dann ist das 100 Minuten vor Kickoff dann mache ich immer die gleiche Routine immer mein gleiches Warm-Up Programm dann mache ich ein Gasser also 50 Jarts hin und zurück vielleicht spiele ich noch ein bisschen Fußball mit dem Football sag Hi für irgendjemanden den ich mit einem anderen Team kenne komm wieder direkt rein dann dusche ich mich das dritte Mal weil ich derby schwitze dann ziehe ich alles an und dann packe ich meine Kopfhörer rauf und mache Tekken 3 Musik an und dann bis jemand sagt weil das heißt 2 Minutes Kopfhörer raus break it down und dann gehen wir aufs Feld und machen uns mit dem Team bereit in der NFL in der ELF vor jedem Spiel genau diese Routine beider Minute beider Sekunde auswendig nicht duschnackt die die gerade fragen ja man aber es ist halt man ist echt gelassen wenn man eine gute Routine hat ich bin halt so entspannt Proteinshake ist gut für mich im Gym Proteinshake ist immer gut ähm aber ja Grüße an Banger und Geiger Kompresso und so ich gucke noch was gerade die ganze Kommentare hat ähm ja wir haben ich meine wir haben natürlich einen Athletic Coach und je nach Team Organisation ist anders unser unser Athletic Coach ist immer sehr independent jeder macht wirklich auch unser Krafttraining so wir haben wirklich wir kriegen ein kleines Workout das wir machen können aber die meisten machen alle ihr eigenes Workout und dann gibt es andere wie bei den Denver Broncos ähm guck mal bei den Saints habe ich immer nach dem Training für eine halbe Stunde ein bisschen Eisen gemacht bei den Broncos sechs zu dreißig musst du in der Facility sein und dann on the whistle alle trainieren zusammen alle machen den gleichen Trainingsplan so und halt verschiedene Organisationen sind anders aber in meiner Zeit in New Orleans war alles sehr independent oh warte jemand kannst du mal meine Freundin grüßen sie sitzt neben mir und lernt oh Jacinta 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 was geht ab Jazz aber Ehren Ehrenfrau dass du deinen Freund Märchenstunde angucken lässt ähm so weiter geht's welche Facility ist die beste ganz und zwar als ich da war die Saints Facility war ein bisschen oldschool als ich weggegangen bin wurde die nochmal geremodelt und war richtig nice Broncos Facility war einer der schönsten die hatten Steam Sauna normale Sauna Hardtop Coldtop das war echt top wir hatten immer einen Koch der war so er war ein Ehrenmann du gehst einfach hin egal was er kocht es für dich auch mit dem Buffet das wir jeden Tag hatten ähm aber aber und Denver war war glaube ich meine Frau würde da locker wohnen Denver war einer der schönsten Facilities und Orte wo wir wo wir auch waren wo sind die Flüge zu den oh das ist auch guck mal und zwar mit den Flügen wir haben ja immer unser eigenes Flugzeug das heißt alle fahren direkt zum Privatflughafen parken einfach auf dem Flughafen du gehst direkt aus dem Auto kurz Perso-Check und dann gehst du schon ins Flugzeug rein alle Rookies werden immer beauftragt Essen zu holen irgendwie KFC Chicken Wings Burgers oder so dann kommen die Rookies immer ein bisschen später bringen Essen fürs ganze Flugzeug dann bist du im Flugzeug und dann spielen wir meistens Hot 20 wo jeder irgendwie ein 20 hat dann packst du deine Nummer drauf und dann packst du das ähm in in ein Bottich und dann wird deine dein Zahl äh irgendein Dollarschein rausgenommen und je nachdem wessen Nummer das ist kriegst einfach alles ich weiß nicht ob das illegal ist oder nicht ich hoffe sag einfach keinem okay das ist zwischen unter uns ähm ja ich hab auch mal gewonnen aber nein mal aber es ist top und die Trips je nachdem äh bei den Saints äh Coach Sean Payton lässt immer alle Veteranen erste Klasse fliegen und alle Coaches und so fliegen hinten aber es gibt auch andere Organisationen da sitzen alle Spieler hinten und die ganzen Coaches vorne also je nachdem äh für die die jetzt erst einschalten ich hab gerade äh schon über über Rooks geredet ähm bevor ich wieder deprie und traurig werden ist natürlich unakzeptabel es ist traurig aber guckt euch das Statement ich glaub das Statement wird wird Sami auch klippen und bestimmt auch Football Romance packen ähm 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 ja genau was in der Märchenstunde erzählt wird bleibt auch in der Märchenstunde uh Patriots und zwar ich glaub ich hatte drei verschiedene Workouts bei den Patriots einmal als ich aus dem College kam einmal als ich nach drei Jahren in New Orleans kam ich kam ich ja nach New England ähm und dann wollten die mich unter Vertrag nehmen und dann hätte ich da fast unterschrieben aber dann hat Denver halt mir einen Vertrag angeboten das relativ knusprig war da konnte ich nicht Nein sagen und äh ja man aber 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 die Patriots natürlich denen ist alles egal ich weiß noch ich bin um drei Uhr morgens nach Boston gekommen einmal um da ein Workout zu machen um um halb fünf musste ich schon wieder aufstehen dann musste ich da in den Shuttle laufen 40 Yard Dash das komplette Programm weißt du Belichick guckt guckt sich alle an so und dann waren da immer ein paar natürlich weißt du so wenn du ein Workout hast und die Coaches sind da natürlich du willst Respekt zeigen hallo aber ein paar Jungs machen dann echt auf Fanboy und sagen hey Coach so nice to meet you und er guckt sich nur an und er macht nur so äh ich so hey was geht ab Coach so aber halt diese Workouts ich hatte ja natürlich ich war bei zehn Teams aber ich hab bestimmt auch nochmal bei zehn mehr einen Workout gehabt bei den Jets bei den Seahawks ähm bei Philly war ich aber natürlich du hast ja auch immer diese Workouts die rufen dich an es heißt Tryout aber wirklich die rufen dich an die fliegen dich einfach in die City rein an einem Montag oder so dann Dienstag für zehn Minuten läufst du machst ein paar Borgers und dann packen die dich ey wenn du gut aussiehst nimm die dich sofort unter Vertrag wenn nicht wenn sich jemand verletzt ähm nimm die dich unter Vertrag wenn auch immer also das ist auf jeden Fall auch sehr interessant und man sieht das nicht wirklich oft als als Fan äh ey Hochzeit nächstes Jahr schick mir mal ein Message ich komm vorbei vielleicht ähm die äh war es wichtig meine Trikotnummer ganz ehrlich meine erste Trikotnummer war 42 das war Grütze aber ich war immer die Eins bei den Huskys früher und ich hatte auch immer so ein bisschen dieses Eins Mantra ich wollte immer der Beste sein und als ich dann nach Boston College gegangen bin hatte ich dann die 91 und seitdem war mir schon immer relativ wichtig die 91 zu sein aber als ich dann das erste Mal gecuttet wurde und dann nicht mehr die 91 bekommen habe dann dann ist egal Player makes the number ich hörte meine Tochter die weint gerade was macht Stefanie da aber ja die 91 war die hat mir Boston College einfach gegeben dann hatte ich die fünf Jahre Boston College drei Jahre Saints also es ist so krass weil in der NFL wenn du besonders wenn du neu bist die meisten die nennen dich gar nicht bei deinem Namen die nennen dich gar nicht Eda Bali sondern es ist einfach 91 come here 91 come here 91 good job 91 there you go ich hab immer noch Albträume und gute Träume einfach 91 zu hören aber halt deswegen 91 deswegen auch natürlich als ich dann bei den Sea Devils war immer 91 91 sogar meine Freunde nennen mich 91 oder Bali oder meine Frau sie nennt mich Hengst aber ist auch egal wann hatte ich das letzte Workout beim NFL Team ich glaub ich glaub die Raiders und dann war ich da auch da für zwei Wochen und das war's dann auch ey the Ballhawk ey ich hab so viele Spitznamen könnt ihr euch gar nicht vorstellen ähm Kommentare sind lustig ähm Bollywood weil ich immer Videos gedreht hab angezeigt hab alle haben mich immer Bollywood genannt ähm Bollyhood Mark Ingram hat immer Bollyhood gesagt weil ich Deutschland aus Bollyhood jetzt Vollmaschine Captain Germany ich bin Ada Baller wenn ich traurig bin bin ich Emo Baller äh aber ist immer cool immer cool drei Tage Team kommt oh gute Frage Eco Bali ist auch wichtig aber kommen viele Jungs aus dem Hood oder Emo Kasim Emo Bali wenn ich traurig bin auch äh aber halt es ist es ist halt krass so ich mein eine Sache die cool in Amerika ist zum Beispiel so Jungs die die aus aus dem Ghetto kommen und aus nicht guten Verhältnissen wenn sie natürlich ein Talent haben und dann es ist halt es ist immer es ist schwer zu schwer zu richtig richtig zu sagen aber du kriegst halt eine Chance es ist traurig natürlich für die Jungs die nicht footballerisch talentiert sind und die bleiben dann einfach da und was auch immer äh ob ist Crime wie heißt es Crime auf Deutsch Verbrechen etc aber so die sehen dass jemand Talent hat du bist schnell du kannst Football spielen boom du kriegst ein Stipendium und hier in Amerika auf eine Uni zu gehen kostet 40.000, 50.000, 60.000 äh Dollar pro Jahr was auch absurd ist aber halt da hast du echt die Chance etwas Großes aus deinem Leben zu machen und das war auch damals immer für mich so wichtig ähm diese Chance zu nutzen weil in Deutschland ich hatte ich hatte mal Realschulabschluss gemacht und das war's so mit mit diesen ganzen Stipendien habe ich eine Chance bekommen äh etwas im Leben zu bekommen was ich eigentlich nicht wirklich alleine so mit der Hilfe von allen Menschen in meinem Leben und deswegen ist es auch immer so wichtig zurückzugehen und du siehst halt auch viele Jungs ähm Justin Simmons zum Beispiel Ehrenmann ich war mit ihm Boston College Safety for the Broncos All Pro so für ihn ist das so wichtig dass er immer wieder zurückgibt woher er kommt äh einfach für Leute da sind eine Stimme ist für die denen keiner zuhört so das ist ein paar Jungs die heben ein bisschen ab aber das ist das hat man immer so ein paar Jungs bei den Raiders war auch einer wir waren beim Abendessen und er sagt so zu einer der Kellnerinnen im Hotel die uns nur eigentlich nur die Teller wegnehmen soll und uns den Tisch sauber machen soll das ist der einzige Job den sie hat er sagt so zu ihr ey gib mir Blueberry Muffin ich so Digga was ist los bei dir steh mal bitte auf die sind da vorne hol dir mal deinen eigenen Muffin aber ich würde sagen das sind nur ein Prozent der Rest sind alles Ehrenmänner die alle für ihre Communities da sind ja man das ist warte ich muss hier nochmal kriminell ja so in Deutschland habe ich meinen Realschulabschluss natürlich gemacht ähm und das ich habe nie eine Zukunft gesehen so was soll ich machen dann bin ich auf die Fachhochschule gegangen aber dann habe ich halt diese Chance zu kommen auch in die Highschool zu gehen da habe ich die Chance gemacht an die Highschool zu gehen ähm und dann auf die Uni da habe ich meine zwei Bachelors bei Boston College gemacht die auch relativ respektable Schule ist ähm Kommunikationswissenschaft und dann war ich Philosophie-Nebenfach aber dann haben die gesagt Kassim bevor ihr euch hier alle über mich lustig macht äh Philosophie-Nebenfach dann haben die gesagt Kassim du hast so viele Philosophie-Klassen ähm und da waren ganz viele weil es so viele deutsche Philosophie auch waren die konntest du dann halt als Deutsch-Hauptfach oder Philosophie-Hauptfach benutzen und dann haben sie gesagt Kassim du kannst entweder wenn du noch zwei Deutsch-Klassen nimmst aber die waren auf Englisch ähm dann kannst du ein deutsches Hauptfach haben ich so boah mache ich zwei Hauptfächer cool also habe ich zwei Bachelor deutsche Geschichte und Kommunikationswissenschaften äh Laberlauch sorry aber es ist auch so so viele denken auch so dass Football-Spieler einfach nur Proll sind so ich habe einer die meisten intelligentesten Menschen die ich hier kennengelernt habe in der NFL so es ist schon krass so denkt man nicht nur weil er immer ein NFL-Spieler ist dass er nicht gebildet sind so ein paar echt die wollen Doktor werden nach der NFL-Karriere so das ist sehr motivierend Gratulern-Kommunikation Ico is Laberlauch ähm ja man so weiter geht's ich weiß nicht wie lange soll ich heute eigentlich machen soll ich eine Stunde 15 eine Stunde 20 Minuten wie ihr wollt wir haben immer noch 2000 Zuschauer ich versuche in den nächsten Wochen auch noch äh eventuell was heißt eventuell Mario Kart kommt safe zwei Stunden 30 das Problem ist dass man in den Medien halt ja das ist auch immer so schade das ist natürlich ganz oft du hast einen der in deiner Position ist ähm und er macht irgendwas Negatives und das ist den die du meistens zeigst aber so wenn wenn in echt natürlich die meisten alles Ehrenmänner sind uh wie viele Teams haben dich beim Draft angerufen pass auf und zwar ich dachte ich werde gedraftet die Lions haben mich angerufen die 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 Browns haben mich angerufen und gesagt Kassim wir draften dich in der siebten Runde ich dachte ich hatte eine Chance in der vierten vielleicht gedraftet zu werden weil die Colts die hätten gesagt Kassim ganz ehrlich wir würden dich in der vierten Runde draften ich so ach was naja du erinnerst uns an Björn und du glaubst du und Björn könnten zusammen Pass waschen also eigentlich hätten die Bock gehabt dass Björn und ich zusammen bei den Colts wären ähm aber die haben gesagt die wissen dass nicht viel Interesse von anderen Teams da ist deswegen wollen sie warten ob sie mich als Free Agent ausgeben können und natürlich vom Business Move ist das besser warum deinen vierten Draft Pick verschwenden wenn mich eh keiner in der vierten Runde draftet und dann bis zum Ende warten und dann ich weiß noch die Giants haben angerufen nach dem Draft Browns Texans Colts Saints und natürlich rufen die dann alle an und sagen ey Kassim komm zu uns als Free Agent äh und dann hast du geben wir dir eine Chance zu zeigen was du drauf hast und das war dann echt schwer weil dann aber das Gute ist dann konnte ich aussuchen wo ich hingehen will und dann mein Agent meinte so ey in New Orleans die haben zwar viele Veteranen aber die haben auch viele Verletzungen und ich glaube du hast die beste Chance da ist zu schaffen und dann bin ich einfach nach New Orleans gegangen oh auch eine sehr gute Frage ist es im Norden äh ist es im Norden in der Kälte oder im Süden in der Hitze besser zu spielen ich spiele lieber in der Hitze weil Green Bay in der Kälte Chicago in der Kälte Detroit in der Kälte das tut weh weißt du da haut mir jemand auf die Finger und dann heule ich schon das macht keinen Spaß aber Tampa Bay New Orleans ähm Houston das ist nice das ist nice die D-Line von den Eagles die ist top ich hab grad so Josh Sweat das ist auch Defensive End bei den Eagles haben wir immer zusammen Super Smash Brothers gespielt nach dem Training äh und er ist auch richtig gut er hat grad einen Sack letzte Woche er hat grad einen Sack gepostet auf Instagram hab ich gleich kommentiert weil sein Name ist Josh Sweat und immer wenn er Sack macht macht er so das ist die geilste Celebration wenn mein Nachname Sweat wäre ich würde immer so machen aber mein Name ist Vormachine deswegen mach ich immer so ähm war es schwer für dich auf vieles zu verzichten für deinen Traum uh das ist eine sehr schöne Frage so ich weiß nur als ich 10 Jahre alt war musste ich einen Fragebogen machen für die Hamburg Flag Huskies und damals hab ich so geschrieben so was ist dein Traum ich will Linebacker in der NFL werden und irgendwie seitdem das das ist so das ist schon fast fanatisch immer so natürlich auf diesen Traum sich konzentriert aber gleichzeitig ist es immer wirklich unmöglich aber irgendwie glaubst du immer noch dran ähm aber ich weiß noch als alle ich weiß in der 5. Klasse alle fangen mit Alkohopops an und ich glaube in der 6. Klasse haben alle angefangen ein bisschen Ziesen zu rauchen und ich hab immer gesagt nein das kann ich nicht machen weil ich will nach Amerika NFL spielen und alle immer so ja was ist bei dir los und als ich in der 7. Klasse 8. Klasse war und so angefangen hab Work so Krafttraining zu machen da hab ich immer Magerquark gegessen in der großen Pause so Kassim was ist so Magerquark ja ich will nach Amerika in die NFL deswegen muss ich Magerquark essen also so alle gehen auf die Reeperbahn aber sonntags hab ich immer Flag Football mit ein paar Jungs gespielt und dann haben wir gesagt Kassim komm mal mit auf den Kiez ich so nein mal ich will in der NFL spielen das heißt ich kann nicht Kiez machen ich muss Sonntag Flag Football spielen und irgendwie ist das in meinem Kopf eingebrannt sogar als ich am College war in Amerika alle trinken alle machen Party sogar hab ich hab ich auch nie getrunken so hab ich gesagt nein man ich will in die NFL kommen kann ich nicht machen und dann lernst du so Leute kennen wie Luke Kigli der auch nie getrunken hat damals der immer fokussiert war auf einmal hast du so Menschen die genauso denken wie du und halt immer das Ziel immer priorisieren und das ist das ist schon nice also echt ein paar Jungs ich hab mit acht Jungs zusammengelebt da kann ich auch ein paar Storys erzählen aber sechs von diesen acht Jungs haben zu einem Zeitpunkt alle in der NFL gespielt so und dann merkt man echt so du du umgibst dich mit Jungs die die gleichen Ziele die gleichen Ambitionen hast und alle pushen sich und das sag ich auch zu allen so hab Leute in deinem Leben die dich echt positiv pushen und alle werden was erreichen prioritisieren sagt man das nicht ist es prioritise ich kenn das äh 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 ich brauch echt einen Bromance Duden zu allen Wörter die ich die ich immer verkack so Lennart haust dir ich küsse deine Auge äh nein nein ignorierst du die 11 Fragen aber Zukunft mit Absicht nein man was sind die 11 Fragen so ich ich bin ich will natürlich gerne wieder zurückkommen ich versuche jetzt erstmal natürlich jetzt hier alles zu fokussieren mit Bromance aber mal gucken so wie ich glaub wir kommen auch ein paar Teams dazu zur 11 und dann mal gucken wo ich reinpasse so wie du wisst Björn ruft eh gerade jeden an in der ELF versucht das jetzt join aber so in Hamburg ist auf jeden Fall unfinished business und dann mal gucken so mal gucken was wir nächstes Jahr machen wenn alle Bromantiker sagen Kassim komm zurück dann komm ich zurück oh warte einer hat geschrieben ein letzter Versuch ähm boom ein letzter Versuch für die Frage hattest du irgendwelche Throwback Momente in Deutschland erzähl mal etwas über Orte Dinge und Menschen bei denen du das hattest oh sehr schöne Frage ich würde sagen einfach ähm ich hab ja 99 angefangen und ich war ein kleiner dicker Junge und eigentlich ein bisschen gestruggelt aber einfach diese der der Football in Deutschland da ist so etwas Pures dabei das ist so auch wie bei Highschool Football aber in Deutschland ist es noch anders weil in 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 Amerika bist du eine Highschool um Football zu spielen aber in Deutschland macht man ja einfach nur Spaß du musst nicht Football spielen aber wir sind halt da Hauptsache so Trainingslager wir gehen joggen im Wald weißt du es hat es hat nichts wirklich mit Football zu tun ich weiß einmal hatten wir so einen Baumstamm und mussten joggen ähm aber es geht halt nur um die Liebe für den Sport wir sind 15 Jungs und Mädchen damals bei den Flags ähm und das ist das ist diese diese Feelings die Gefühle die ich damals hatte so diesen echt die werde ich an die werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern können ich war Hamburger Auswahl meine erste Freundin war unser Mittellinebacker sie sie war ein Mittellinebacker bei uns in der Hamburger Auswahl bei der Flagforce ich weiß so nach dem Spiel vor dem Spiel im Spiel alle rasiert ich war Quarterback und nach dem Spiel Händchen halt mit dem Mittellinebacker ich war es äh nein aber halt echt richtig viele coole Momente Rookie-Taufe in der Jugend ähm musste ich mit einem Handtuch mit einem Quarterback-Handtuch vor meinem Schniedelwurz äh zu McDonald's reingehen und fürs ganze Team bestellen halt solche Sachen sind gestört aber an sowas erinnert man sich und dann ähm ich weiß noch einer meiner Mitspieler Ohan Yaldis ähm Ehrenmann besserer Football-Spieler als ich talentiert türkischer türkischer er war Türke ähm sollte eigentlich für die Nazio damit spielen aber wegen weil er Türke war konnte er nicht dann bin ich an die Highschool gegangen und ich weiß noch mein erstes Jahr im College hatte er einen Motorradunfall und ist verstorben und auch viele Leute äh haben gesagt ey Kassim warum bist du immer so glücklich aber halt das war das erste Mal in meinem Leben wo jemand der so nah an mir stand verstorben ist und man kann halt man muss echt das meiste aus jedem Tag machen weil man weiß nie äh wann 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 es ist wann irgendwas passieren kann und ich weiß noch er war damals auch ein riesiger Grund warum ich im College das dann nochmal richtig so Switch für mich gemacht hat wo ich sag ey verschwende nicht dein Leben sei hier einfach nicht um dein Coach Zeit zu verschwenden sei hier nicht um deine eigene Zeit zu verschwenden sei hier nicht um dein Leben zu verschwenden sondern mach wirklich das meiste aus jeder Situation weil du weißt nie wann es zu Ende ist so das war meine meine ernste Story des Tages okay was haben wir noch was haben wir noch wie viele Zuschauer sind noch am Start äh bist du oh letzter Versuch bist du nächstes Jahr wieder eine Elf weiß ich noch nicht aber ich 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 muss mal gucken ich muss mal wir muss mal gucken was abgeht und natürlich gibt es auch viele Projekte ähm eventuell die sehr cool sein würden aber so oder so ich ich sehe meine Zukunft mit den Zuschauern und ein paar Sachen auf die Beine bringen ich habe auch Ideen äh mit Björn wo ich denke das neue Formate die echt cool sein können und ja ich bin ich komme aus Hamburg-Ostdorf also es ist so wie heißt es Plattenbau alles Hochhäuser Opa ist Türke äh in den 40, 50er eingewandert und Vater ist Afroamerikaner also das das ist eine andere Märchenstunde nochmal weil ich das erste Mal meinen Vater dann kennengelernt habe 2010 in Los Angeles ja auch komplett einfach so Ghetto-Typ Tattoos Bart sieht aus wie Rick Ross und ich habe ich habe noch Kontakt zu NFL NFL Teams für die Fragen aber nicht wirklich aus hey wir wollen dich unter Vertrag nehmen sondern einfach Connections ob Spieler Coaches Head Coaches so man es ist wichtig immer seine seine Beziehung zu pflegen und es sind ein paar mit denen rede ich noch und ich glaube ich hatte auch die Chance gehabt glaube ich in der NFL zu coachen zu können aber ich glaube es liegt mir eher am Herzen nach Deutschland zu kommen da in Deutschland Sachen zu machen im deutschen Football zu helfen anstatt in der NFL zu sein sondern wenn ich älter bin vielleicht kann ich immer noch in der NFL coachen oder was auch immer College coachen aber jetzt momentan sehe ich erst so Sachen es bereitet mir sehr viel Freude in Deutschland Sachen zu machen und Cam hat elf Spieler angeguckt er meint so hey ich hab gesehen wie du durchgedreht bist also es ist auch cool wenn die NFL Jungs immer sagen so hey ich hab deine elf Spiele gesehen und so so um und warte in sieben Minuten mach ich zu Ende eine Stunde 25 Minuten dann war es auch gute gute Märchenstunde gab es eigentlich Feedback von deiner NFL Kumpels zur hammergeilen ELF Serie die gab es ja auch noch ja Foodboys nicht für die die geguckt haben oder nicht ich glaube noch 20 Folgen die immer so kurz waren so viele haben ein bisschen zum Schluss ein bisschen aufgehört zu gucken aber so die ganzen NFL Jungs haben es gefeiert so einer hat mich gestern sogar angeschrieben ich wusste gar nicht wie lustig deine Serie ist ich hab die gerade einfach durchgesuchtet und ähm war echt cool so viel viel Positives gesagt wurde Staffel 2 kommt im Dezember die haben wir schon abgedreht nur 5 Folgen aber wird nice und dann mal gucken so schauspielerisch das hat echt Spaß gemacht ich kann mir vor richtig gut vorstellen so in andere Rollen zu gehen ähm bisschen Massephase bestimmt vielleicht irgendwas Actionmäßiges Action Comedy so stell dir mal Rush Hour vor aber mit mir und Björn weißt du so eine Sache kann ich mir vorstellen irgendwas Lustiges zu machen und Staffel 2 ist auch ein anderes Genre so Staffel 1 Football war natürlich sehr war sehr lustig viel Comedy in Staffel 2 hat nochmal so ein bisschen so einen kleinen Twist also ich freue mich echt für für die Zuschauer die das alle alle sehen können aber so so Pass Rush Hour genau solche Sachen so halt das wäre das wäre echt cool WWE Karriere ähm ist natürlich interessant aber die so viel Respekt an die Leute in der WWE aber die sind echt 300 Tage im Jahr unterwegs nicht zu Hause müssen immer im Gym sein so dann lieber lieber Deutschland vor WWE auf jeden Fall ähm Cam hat über das Game der Bucks gesagt ja er hat gesagt er hat sich gefreut dass er Dings setten konnte Brady wer ist denn am Prominenz am Start Staffel 2 äh ich will noch nichts spoilern aber immer immer wir haben immer ein paar ein paar coole coole Leute dabei wo läuft Staffel 2 bestimmt kommt auf YouTube wenn ich mehr weiß werde ich es auf jeden Fall sagen ähm ran als Moderator das war auch richtig cool so die Erfahrung zu machen NFL Spiele mit Stecker zu kommentieren ähm also das sind halt das coole ist echt so ich kenne dann Leute ich kann auch Football spielen Moderator machen vielleicht schauspielerisch ein paar Sachen machen Hauptsache so Spaß haben so ich glaube das ist am Ende des Tages das Wichtigste dass man einfach Spaß hat so äh hör mal auf Björn und schreib ein Buch wird ein Bestseller ey wenn wenn ihr das lesen wollt dann äh sag ich mal Björn Bescheid er muss er muss mal ein paar Connections für mich klar machen boom was noch was noch let's go sofort er sagt Björn Bescheid Kasim vor Buch ähm Christi Sala ich hab ja heute mal angeschrieben ähm er liefert ja auch ab in Kanada also es er ist er ist Christi stärker und schneller als er er ist einfach so richtige Vollmaschine halt so aber ich glaube wir gehen jetzt wie heißt das zum Ende der Märchenstunde es war ein Gedicht mit euch es hat sehr viel Spaß gemacht Yara macht schon Mittagsschlaf ich esse gleich meinen Protein Shake ich trinke gleich meinen Protein Shake ähm eine Sache die ich noch sagen möchte ich versuche das irgendwie gerade zu organisieren also wenn äh ihr mir ein bisschen helfen wollt Nummer eins äh ich versuche noch was Discord wird bald ein Jahr alt das heißt ich versuche vielleicht da irgendwas cooles zu organisieren was wir vielleicht machen können Nummer zwei ich versuche irgendwas ins Leben zu rufen fitnessmäßig so äh Marken Solcher schickt mir immer irgendwas aus dem Gym so und es muss gar nicht Fitness sein sondern einfach Vollmaschine Maschine Montag Vollmaschine Freitag einfach dass man sich gut fühlt ähm vielleicht eine Challenge ich überlege mal was ich mir irgendwie da aus aus ausdenken kann so einfach dass wir als Community immer was zusammen machen ein bisschen Shape kommen nur dass ihr meine Gedanken nicht schon mal habt nein aber vielen vielen Dank fürs Einschalten es war top danke Björn dass du mir die Logindaten von Football Bromance gegeben hast und ähm das Vollmaschinen Buch und Mario Kart kommt wahrscheinlich nächste Woche machen wir Mario Kart mit der Community also wenn ihr eine Switch habt und wenn ihr keine habt macht euch eine klar zackt von eurer Tochter Sohn ich zack von meiner Tochter Switch und dann freue ich mich schon morgen euch alle bei Primetime Football zu sehen ich küsse alle eure Augen ich könnte jetzt locker noch für 5 Minuten Tschüss sagen aber ich frage mal euch alle habt ihr noch irgendwelche letzten Worte? Tschö mit Ö Ö Ö Ö